Mein Vater war Muslim, meine Mutter katholisch. Was kommt raus? Evangelisch. Genau. Das Geile ist, ihr lacht, aber das ist die Wahrheit. Sogar wenn ich im Restaurant bin, kommt manchmal ein Keller und sagt, hey Ceylan, wir haben auf alles geachtet beim Essen, da ist kein Schweinefleisch drin, kein Schwein, nur Speck. Da sage ich, ich esse schon, aber er, er glaube ich wie Judas, der Ali, der isst kein Schweinefleisch. Und dann erkennt er so, und dann kommt so Küchehilfe. Ja, der Ali isst kein Schweinefleisch, aber Gummibärchen. Bruder!